Schulter-Sieg auf Mathezwo wird Torfüßel vom KFC Leipzig. Nächste Kampfbrauch Mathezwo, Kampf zuvor 19. Daniel Schubkowski vom SAV Torgono gegen Robin Zoller von AFA. Zellamellis auf Mathezwo. Zellamellis auf Mathezwo. Zellamellis auf Mathezwo. Wollt! Eine Aufmerksamkeit! Ja, Schulter-Sieger auf Mathe 1 wird Cey Mabui vom SV Halle. Nächste Kampfüberhauung auf Mathe 1, Kampfziffer 20, Hosseini Abusra vom KFC Leipzig gegen Timor Eirich vom TV-Hunder Dürbacher auf Mathe 1.